Herzlich Willkommen zu einer Runde, Contestrike, äh, Contestrike, Company of Heroes 2, natürlich, kein Contestrike. In einem 4 gegen 4 ranket und der ein, ah doch, er bewegt sich. Ah, ich würd sagen. Ich glaub zwei Russen und zwei Briten waren Gegner. Oh. Okay, ich bringe ganz, bist du, bist du, ja? Ja, ja, da hab ich schon mal von der rechten Seite gespielt. Okay, man braucht auf jeden Fall den Hügel. Oh, ich sollte mal erstmal, wo war da welchen Hügel? Ja, den in der Mitte, der hat ein bisschen gute Deckung da. Ich, äh, ich hol einfach nur Sturmpioniere. Ich geh erstmal voll auf Infanterie. Ja, musst du auch. Und dann spar ich auf dicke Panzer. Das ist meine Taktik. Ich weiß nicht, ob ich auf ganz rechts gehen soll, das ist eigentlich behindert da. Hauptquartier benötigt, die umfunktioniertes Hauptquartier. Wer braucht schon Hauptquartiere? Oh, Jungs, bewegen in die Mitte. Ah, ich geh erstmal zum... Wo bist du überhaupt? So, ganz links, äh, ganz rechts. Ja, du musst nach ganz rechts. Yo, äh, ist auch noch Deutscher, das passt. Nein, Digga, North Korea. Ich hab Korea falsch, glaub ich nicht. Wie hast du in Korea geschrieben, Alter? North Korea. Hä, da wird doch so geschrieben, oder? Da ist so mit K geschrieben, Mann. Nein, auf Englisch aber nicht. So, ja, Mann, der ist doch ein Deutscher, du Bauer. Ja, Mann, ich bin Nordkoreaner, dann kann ich kein Deutsch. Ja, mitdenken, Alter, Mann. Ein bisschen logisches Denken hier. Muss man deinen Gehirnschmerz verwenden. Ja, ja, ja. So, ich stelle mich jetzt erstmal in die Mitte. Hol mir jetzt einen dicken LKW. Dann hol ich mir Volksgrenadierer, weil das Volk ist das Volk. Das war eine logische Erklärung. Ja, der Volksgrenadierer. Volk ist Volk. So, dann stelle ich mich jetzt erstmal hin. Ja, bei mir haben wir sie sich... Wie, Alter? So, erst mal aufstellen. Ja, nimmst du meinen LKW, Digga. Ja, mach schön brumm, brumm, brumm. Blum, blum, blum. Du solltest mal das Benzin einnehmen. Das Benzin ist wichtig. Ja, nehm ich doch jetzt. Ja, 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 da laufen so viele Infanteristen da rum, wie ich sehe. Nein. Wieso kann ich immer noch kein... Oh, ich muss erst ein MG ausbauen, ey. Wer kommt denn auf so eine Sache? Ja, gut, dann baue ich doch noch erst Volksgrenadierer. Ja, hier sind Gegner, Alter. Oh, ich nehme mal, glaube ich, die Siegesmack jetzt ein. Digga, die. Also, ich habe meine Mitte. Ja, du hast deine Mitte. Das ist ja super. Ja. Das finde ich auch super. Danke sehr, dass du mir Sachen erläutert, die ich schon kenne. Ich plante jetzt auch noch Minen. Meine Minen sind toll. Umfunktioniert. Wieso brauche ich immer, umfunktioniert das Hauptquartier? Ja, ich brauche Mörser und ich brauche alles, Mann. Erstmal. Darauf spare ich, so. Minen. Noch mehr Minen. Ja, der Berg wird erstmal eingemint. Digga. Alter. Ja, das machst du. Alter. Du machst das schon auf deiner Seite. Ja, Digga. Wir brauchen das, obwohl der Gegner kriegt das Benzin noch nicht. Aber gleich bekommt er es. So, dann muss gleich noch da eine Mine hin. Tempo. Oh, einfach Minen. Die machen das Spiel für dich. Das sind die... Die Minen carry in das Game. Ganz klare Sache. Anti-Personen-Minen. So, jetzt muss ich mal einen LKW ausbauen. So, jetzt LKW. Ansonsten haltet einfach das Benzin, ne? Meinst du, das hilft? Na, weiß ich noch nicht so ganz, ob das hilft. Na, Digga. Hauptsache die Mitte, Alter. Unwitz. Also, die Mitte habe ich erstmal mit meinem ganzen Infanteristen. Voll im Besitz. Also, dat ist erstmal... Volk... Deutscher Volksberg. Sag, ich brauche jetzt irgendwelche Fahrzeuge. Ja, auf die Spar ich. Der Gelbe muss mal sein Ding da halten. Der hat überhaupt keine Truppen da. Also, irgendwie brauchen wir gleich doch noch eine Siegesmarke. Der Vorteil ist, wir kriegen Benzin die nicht. Der hat doch ganz hinten, weil das Siegesmarke hat, der Truppen. Zwei Störf. Ja, zwei. Der eine ist davon schon ein Dreiviertel tot. Also, sorry, aber das zählt nicht als Truppe in meinen Augen. Doch, das zählt. So, ich brauche mir gleich noch ein Infanter... Ne, ein MG. Ein MG. Ich brauche zwei MGs. Ey, ich baue erstmal die Mitte voll ein mit Infanteristen. Ich brauche... Ich brauche erstmal... Ich brauche einen Bunker. Ich liebe den Bunker. So, kannst du ne Puck bauen für die Mitte? Ne Puck? Ich kann mir keine bauen. Ja, ne, ich habe keine... Kein Geld. Ja, das ist ja schön, dass du kein Geld... Du brauchst nur... Warte, die Währung heißt... Arbeitskraft. Du brauchst nur... Das Volk. Das Volk ist regelt. Ähm, ja... Ja, wie gesagt, nur das Volk brauchst du. So, ich muss ja mal hier meine MGs aufbauen hier überall. Die das Carrying für mich, das Spiel. So. Wie viel brauche ich noch für einen Panzer? Ich kaufe lieber einen Anti-Tank-Panzer. Oh, jetzt brauche ich jetzt mal ein Fahrzeug, Mann. Ja, da spare ich gerade mit meiner Manpower drauf. Bei dem Rest, das müsste alles so stimmen. Ah, dann... Oh, Gott, fein. Obwohl, ein G-Trupp wird da ja ausgesnipert, ey. Scheiße. Das tut mir wirklich leid. So, und dem... Obwohl, der kann hier hin. So, und jetzt möchte ich mein Anti-Tank-Panzer bauen. Oder sowas. Junge, was macht der Gelbe? Der muss mal bis zum... Ja, seine Truppen still... Der Gelbe ist ein richtiger Noob. Na ja, ich bin auch nicht da drin. Leider musste ich das feststellen. Ja, gut. Aber der hat auch nur... Was hat der denn da? Ja, der hat jetzt gerade zwei Mann verloren. Der hat die einfach am Berg stehen lassen. Kill bitte den Infanteristen. Wenigstens das hat er gemacht. Gut gemacht. Ja, ich verkack das hier auch ein bisschen. Ja, aber das wundert mich auch nicht. Aber nun... Ich halte hier einfach schön meinen Berg. Das ist die Hauptsache, die ich hier mache. So. Digga, ich brauche... Den möchte ich jetzt auch noch hier nach vorne haben, mein... Also, Digga, jetzt nimm dir das Benzin auch noch ein, Alter. Ja, also, du hast nur einen aufgerissen. Benzin halt. Vorrücken, Jungs. Vorrücken. Nein, 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 nein. Ihr sollt da hin. Ihr sollt hier hin. Ihr Jungs sollt auf das Benzin gehen. Ich will das Benzin haben. Jetzt haltet das Benzin, Jungs. Macht den Trupp doch da tot. Och, Jungs. Naja. Naja. So. Und dann möchte ich gleich in die letzte Zeit auch noch gehen. Alter, das... Ja, ihr müsst nur Benzin erobern. Das kann nicht so schwer sein. Aber was macht denn der Gegner? Ich baue mich hier in der Mitte ein und hier kommt nicht ein Feind. Ein Trupp. Der ist einmal vorbeigelaufen an der Mitte. Mehr haben die nicht gemacht. Ja. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Wo bleibt der Feind? Wofür habe ich diese Verteidigung gebaut? Wo soll ich jetzt hier in meinem Panzer stehen? So, oder... Was weiß ich. Kübelwagen, oder wie heißt der? Panzersperrwagen. Herr Tim, dein Auto ist beinahe kaputt. Ja, deswegen war ich ja jetzt schon wieder zurück. Naja, ich wollte es nur mal sagen, bevor es kaputt ist. So, ich ober mal das... Ah, eigentlich müssen wir einen riesen Vorteil haben. Also, sie haben das Benzin nicht. Das heißt, sie haben noch nie wirklich Benzin gehabt. Also, Fahrzeuge müssten Mangelware sein. So, ich hab dann... Bei deinem Pack kommt jetzt gleich. Deinem Pack kommt jetzt gleich, das ist gut. Das ist gut. Weil ich weiß nicht, wie gut mein Wagen ist gegen Fahrzeuge. Ah, doch, sie hatten das Benzin, sie hatten das Benzin. Das heißt, sie haben doch Benzin bekommen. Etwas. Aber ich nehm das jetzt wieder weg. Ah, wir brauchen nur noch ein zweiter... Aber eigentlich müsste ich jetzt... Nee, 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 wir haben zwei. Mitte und links haben wir wieder einen Besitz. Aber hier kommt nichts in die Mitte, Junge. Wozu diese Verteidigung? Ich hab da Minen gelegt. Ich hab alles gemacht. Ja, wo soll die Pack hin? Ah, da oben. Hier direkt. Fing einfach mal. Da, dahinter. Da kannst du dir noch jederzeit drehen. Wie's sein muss. Am besten einfach nach vorne ausrichten erstmal. Oh, mach. So. Pass auf, wenn man sie kommt. Oh, oh, oh. Jungs, go, 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 Granaten. Brand-Glanaten. Okay, und lauft um euer Leben. Lauft um euer Leben, da kommt ein bisschen viel. Ich schick doch einen Mörser zu dir in die Messe, ne? Jo, danke, danke, danke. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich will irgendwie nichts bauen. Ja, das ist gut. Ich hab fast 1700 Manpower. Ich baue aber nichts. Ich will mein Benzin nicht ausgeben. Oh. Ja, ich baue noch so einen Panzerabwehr-Raketenwerfer. Ich weiß gar nicht, wie gut der ist. Egal, der Linke macht das links. Ich bleib in meiner Mitte. Die ist meine Mitte. Und die halte ich auch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Scheiße. Äh, pass auf, das ist ein Raketenwerfer, Jungs. Ja, ich weiß. So. Obwohl, ich könnte ja mal hier gucken, was kann ich denn hier holen. Oh, das ist alles nicht so super toll. Doch. Ich brauche. Ich brauche. Befestigung. Wer kann denn jetzt Befestigung bauen? Die können Befestigung bauen. Sooo, jetzt wird hier Abwehr aufgebaut. Digga, ich brauch bei mir Hilfe nicht bei dir. Deine Mitte ist viel zu OP, Alter. Ohne Witz, Mann. Das ist vollkommen unnützig. Die muss gehalten werden, die Mitte. Koste es, was es wolle. Digga, der rückt aber in der Mitte durch. Hallo. Hallo. Ja, ich wills. Jogi, ich kann kein LKW bauen. Wieso verliert ihr euren Punkt da? Ja. Mein LKW steht extra hier und jetzt kann ich hier nichts hinbauen, weil wir den nicht mehr besitzen. Das ist nicht cool. Ja, ich geh da hin, Warte. Ich baue jetzt... Jetzt kann ich nicht mal meine Verteidigung bauen, meine Flaks. Das ist nicht in Ordnung. Nein, ich habe hier nicht umsonst Flaks gebaut. Ja, der rückt durch, Mann. Ja, lass ihn doch. Nee. Ich halte schön die Mitte. Die Mitte wird gehalten. Egal, ich scheiß auf deine Mitte. Wir brauchen jetzt Unterstützung. Ich geh auf diesen Punkt da. Pass auf, da kommt einer bei der Mitte. Dann halt sie mal. Ja. Von hinten. Da wäre mein Auto. Aber das kann ich da ja nicht hinbauen. Guck mal, hier guckt ihr in meine Abwehr. Guck mal, was da alles steht. Da gibt's kein Durchkommen. Hier gibt's kein Durchkommen. So. Ich braue jetzt hier mal, weil wir auch mit deinem Mörder da rumzuknallen oder welcher Mörder es auch immer ist. Ich braue jetzt mal hier die Punkte. Meine Pius gehen auch in den Angriff. Mh. Shit, 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 shit. Alter, der Gelbe lässt echt seine ganzen Männer sterben. Den ist das sowas von Latte. Wenn die drauf gehen. Mir soll's egal sein, aber... So. Oh, Mann, Alter. Ja, egal. Erstmal das Beziehen. Nochmal Volksrenadiere holen. So. Oh, jetzt komm. So, wieso kann ich das nicht bauen? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich's bauen. Jawoll. So. Jetzt wird die Abwehr noch weiter erhöht. Die Abwehr muss stärker werden. Ganz klar. Die Abwehr. Ja. So. Gleichzeitig brauche ich auch noch neue Flags hier natürlich. Weil... Egal. Ich brauche dich hier, Mann. Ja, das ist egal. Oh, was ist denn da rum? Rückzug, Jungs. Ihr sollt zurückziehen. Und bitte da hin. Alter, Alter. So. Die Mitte ist safe. Ich will hier irgendwo noch ne dumme Flagge setzen, aber ich weiß gar nicht wohin damit. Hör doch hier bitte eine noch hin. Auf die Seite. Ab auf die Seite noch eine hin. Und dann können wir noch mal ein paar Minen planten. Genau. Minen. So macht man das ja. Junge, Junge. Jetzt unterstützt mich mal hier. Ja, zieh dich zurück zu meiner Befestigung hier in der Mitte. Die hält Stand. Guck. Mein Auto hilft dir doch, mein Flagg. Ja, der macht deinen Panzer kaputt. Ja, das merke ich. Oh, mach mal hier das MG-Tot, Jungs. Das MG-Töten. Ich helfe nämlich hier den Dings auch mal ein bisschen. Mit meinem Trupp. Ja, jetzt mache ich die ersten paar Kills hier sogar. Ja, super. Ich bin stolz auf dich. Ich bin das jetzt. Ich bin das jetzt. Wir verlieren hier. Wir gewinnen. Die Punkte ticken für uns. Und jetzt brauche ich nur Benzin für dicke Einheiten. Ich habe noch einen Trupp gekehlt. Äh, Mütze. Zwei Scharfschützen. Vier Scharfschützen. Ja, dann mörser die mal. Ich schicke mal meinen Panzer hin. Aber den fahre ich hinten rum. Ja, willst du jetzt nicht mal gegen die davor rücken? Ja, bin ich dabei. Oh, den Mörser töten. Den Mörser töten. Was kommt denn da ein Auto an? Oh, Alter. Puh. Junge, meine... Die Volkstrainer, die Regeln das Spiel für mich. Die Kinder wären wie Punkt links verloren, ne? Ja, egal. Wie juckt das schon? Komm, die Jungs töte die jetzt auch noch. Ey. Ich nehme einfach den Mörser. Der Hund! Der soll da gefälligst rausgehen. Ich will seinen Mörser haben. Degas ist so zu P-Alter. Ja, dann zieh dich einfach zu mir zurück. Wir halten den Berg zusammen. Der Berg, Tim. Ja, aber wir müssen den zweiten Siegspunkt haben. Ja, links, der Gelbe. Ja, der ist, äh... Ah, Junge. Ah, Digga, der... Junge. Oh, shit. Oh, Granate werfen und Rückzug. Rückzug. Dummes Sniper. Wo bleibt mein Panzerwagen? Der muss mal schneller fahren. Der muss mal schneller fahren. Ich spare jetzt auf dem dicken Panzer. Auf dem Panzer IV. Spare ich jetzt. Ja, ich habe so einen Flak-Panzer. Ja, das ist ja toll, aber Flaks habe ich schon auf dem Berg stehen. Jede Menge. Ja. Der fährt jetzt auch nach vorne. So, jetzt muss ich nur seinen Mörser finden. Put, 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 put. Digga, wir sollten ihm das mit, äh... Der zweimal beziehen. Naja. Mörser. Mörser. Wo ist dein Mörser? Da ist der Mörser. In die Base. Angriff auf den Mörser. Den lasse ich ihn nicht entkommen. Oh, Wanne. Komm, ich töte den Mörser. Ja, Mörser kaputt. Jetzt darf ich wieder umdrehen. Und wieder rausfahren. So, wie es sich gehört. Ja, ich hole mir noch einen Elite-Infantristen ran. Ich habe ja die Ressourcen. Oh, hier habe ich auch noch einen Infantristen. Jetzt hier muss ich mal aufrüsten alle. So. Und dann heißt es wieder angreifen. So. Angriff. Äh... Benzin kommen. Bessere MGs. Jawoll. So, wenn, lass lieber auf links orientieren. Weil die Spieler rechts müssen dann auf meinen Berg zulaufen. Den können wir easy halten. Da habe ich nicht umsonst so eine super Abwehr aufgebaut. So, ja. Ich habe jetzt hier erstmal das MG. Aber das dreht jetzt. Scheiße. Egal. Oh, Digga. Digga, Hilfe. Hier ist Mörder. Vom Briten. Digga, guckt ja, was hier in der Mitte rumläuft. Jungs, zieht auf die linke Seite. Ja, okay. Linke Seite und Mitte halten. So müssen wir das machen. Einfach so müssen wir das machen. Oh, ihr tötet sie schon. Kommt, Jung. Schießt sie tot mit euren MGs. Hä, dieser dumme Flammer, der macht extrem viel Dammit. Ja, ich weiß. Oh, Bombe. Alter, mit was du Granaten werfen die. So. Oh, tötet den Sniper, der da bei deiner... Ja, nice. Hm, tot. Ne, ist tot. Dein Ostwinter. Ah, pass auf, hier ist ein Sherman. Ich baue jetzt einen Panzer IV auch. Okay. Da war's. So, Jungs, ich versuche Benzin zu bekommen. Mal sehen, ob ich es schaffe, das zu erobern. So, ich lass auch mal einen Aufklärungsflug hier einmal lang fliegen. Komm, Aufklärung, einmal lang bitte. Dich brauche ich jetzt nicht. Genau, schön auf die... Ja, der steht da rechts. Also, da sind zwei Spieler. Sogar drei zum Teil. Oh, ihr müsst hier aufpassen, ne? Da sollte er nicht durchgehen. Naja, das ist ein Problem. Ja, vielleicht sollte hier doch nur einer mit in meine Mitte... Obwohl, der Hellblaue macht das ja. Naja, der hat bloß nichts gegen Panzers, also wirklich. Aber egal, er macht das. Oh, oh, mein Panzer ist jetzt auf. Ey, Jungs, ihr müsst da doch nur einen Sherman zerstören. Das kann doch nicht so schwer sein. Na. Junge, Junge, Junge. Egal. Wo sind meine Männer? Ich baue ein Versorgungsding da drauf. Ich kann das gar nicht bauen. Können die das bauen? Die können das auch nicht bauen. Scheiße. Aber wir haben zumindest das Benzin wieder. Im Besitz. Können wir ein bisschen Benzin. So, die Jungs gehen mal bitte hier hin. Puh, alter Verwalter, Mann. Puh. Jo. Ich weiß ja nicht, was er da drüben macht, aber wir brauchen schon die Siegesmarke jetzt. Ja, das ist... Bewegt ihr jetzt auch meinen Panzer hin. Meinen schönen Panzer IV. Jetzt brauche ich nur deine Unterstützung dabei. Ja, ich geh da jetzt mit in meinem Flaggpanzer. Ich will das nur mit ihm hier ein... äh, einnehmen. Naja, mach das ruhig. Nur, dass wir das am Ende dann auch wirklich kriegen. So, jetzt müssen wir vorher kommen. Ja, mein Infanteristen sind nicht kampfbereit. Die warten jetzt auf den LKW da, also... Ja, warte, ich hol mir jetzt nochmal eben noch ein M4. Junge, aber wir brauchen jetzt die Siegesmarke. Wir müssen mit dem Gelben angehen. Guck, der schickt auch seine Männer. Oh shit, ich brauche Snipers. Der nimmt hier schon den Punkt hier direkt wieder vor meiner Nase ein. Das ist nicht in Ordnung. Elite-Infanteristen, go. Go, go, go. So. So, den Punkt, den überlasse ich ihm nicht. So, der kommt bei mir, alter Digga, was ist das denn? Da greift er an, ja, aber mein... Oh, meine Elite-Infantrie läuft nicht sterben. Wie viele Snipers? Pass auf, beim Panzer, ne? Mein Panzer, ich scheiß auf mein Panzer. Da ist Infantrie ohne Ende. Snipers. Sie kommen von der rechten Seite und snipern. Ich brauche da noch eine Flak. Da muss noch eine Flak hin. Provisorischerweise. So, die bauen wir mal so auf, hier meine MG's. Alter, das ist ein bisschen viel hier auf der linken Seite. Rückwärtsgang, rückwärts. Weiter rückwärts. Das ist ein bisschen viel. Ja, mein Trupp ist tot, Allah. Ja, aber mein Panzer lebt der auch ab. Kommt doch nicht ab, flucht. Ja, aber ich bin tot. Oh, mein Panzer besser gesagt. Ja, warum hast du nicht Rückwärtsgang gemacht? Ja, hab ich. Hast du nicht? Der hat sich gedreht. Ja, das... Ja, also ich halt die mit. Ich bleib dabei. Ja, der hat mal den Lithian von Tristen getötet. Der ist böse. Der hat 400 gekostet. Der hat den nicht sonderlich gejuckt, den zu töten. Ja, ich bring mal hier alles mit, obwohl den lass ich mal hier drüben stehen lieber. Wo? Ich schick noch einen Chargestütz in die Mitte, ne? Ja, der hat vier Stück oder so. Da musst du aufpassen. Ich hab da jetzt auch überall Flak stehen zur Verteidigung. Aber wir müssen jetzt irgendwie was machen. Ja, das ist mir klar. Achso, du hast meinen Panzer schon repariert. Ja. Boah, was macht der denn da? Der soll da mal abhauen. Ist der dumm? Was will er mit seinem kleinen Mongo-Panzer von vorne? Ja, das weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall gekommen, aber der hat... Was hat der denn? Da steht so viel. Okay. Ready für einen Angriff? Oder... Kommt da noch was? Ja, links! Die Siegesmarke natürlich. Ja, warte, ich schicke erst mal meine ganze... Ich muss mal in meinen Trupp sammeln. Ja, denn wie lange willst du das denn machen? Ähm... Also... Ich weiß ja nicht, wie lange du das machen willst, aber... Ja, warte, ich will eben... Warte, ich will noch meinen Trupp hier. Ähm... Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass du nur einen Trupp holst. Alter, wieso greift der Hellblaue da immer wieder an? Der soll damit mal aufhören. Oh... Der... Lancer... Gleich... Linke... Seite... Angreifen... So, der soll mal gleich mit allem mit angreifen. Wir müssen jetzt hier nämlich durchgehen. So... Einmal. Ist der behindert? Wir greifen jetzt an. Los, 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 los! Go, 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 go! Angelief! Mit allem, was wir haben! Ich hole noch mehr von dir! Inspiriert Infanterie sich schneller zu bewegen! Schneller laufen! Los, Infanteristen! Sprinten! Ich inspiriere meine... Ja, die bleiben strecken! Ja, wo bleiben denn die Truppen? Ich fahr da doch nicht allein in den Angriff! Ja, ich bin doch vor der Schauer hinten rum! Ja, ja... Los! Ja, ja, jetzt müssen wir durch! Jetzt müssen wir ange... Oh, das... Die Flaxen müssen weg! Das MG-Feuer! Das... Die Bunker müssen weg! Der ist die Bunker! Der ist die Bunker! Die Artillerie! Rück zu! Oh, 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 oh! Rück zu! Bob! Oh shit! Mein Trupp ist weg! Egal! Weiter jetzt! Weiter! Wir müssen weiter! Durchbruch! Durchbrechen! Oh, mein Gott! Da kommt immer mehr Artig! Egal! Einfach durchbrechen! Alter! Ey, irgendwas trifft mich da hinten! Da hinten steht ein Panzer, Junge! Ganz hinten! Alter! Wo, 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 wo! Oh! Ja, mein Panzer ist tot! Mein Panzer ist tot! Angriff gescheitert! Nein, nein! Ich muss mein Panzer reparieren! Der ist One-Shot! Oh shit! Und? Ja, wir brauchen neue Männer! Wir brauchen mehr Männer! Ich hole jetzt die Elite-Infanterie, aber... Die hat vorhin auch keinen großen Nutzen gehabt! Oh shit! Angriff kaputt machen! Kämpfen! Ja, alles ist kaputt! Jetzt auf den zweiten! Oh, Artillerie! 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 Ja, ich hab' nicht mehr so viel! Mein Panzer... Bewegt sich! Jetzt müssen wir durchbrechen! Jetzt oder nie! Wir haben's! Wir haben's! Ähm, Tim! Wir brauchen... Wir brauchen Rechts-Anti-Air... Äh, Anti-Tanks... Einheiten! Äh... Äh... Wir haben rechts ein kleines Club! Ah ne! Er kriegt das abgewehrt! Er kriegt das abgewehrt! Er kriegt das abgewehrt! So, das war's schonmal gut! Jetzt müssen wir das Ganze nur noch halten! Ja, ja, links und Mitte Deffen einfach! Links und Mitte! Kannst du meinen Panzer reparieren hier? Dem... dummen Typen hier! Oh, links! Pass auf! Da sind Truppen wieder im Gebäude! Oh, die machen meinen Teil kaputt! Ich muss doch mal eben ein bisschen wegfahren! Das ist gut, die sind nicht so stark! Ich schick auch neue Infanteristen zu dir, ne? Mhm! Nur sind meine... Oh, ey! Das... Das hat ganz schön viel... Oh! Die Mitte wird gemörsert! Uh! Sie... Sie sind feige! Das sind meine ganzen... Digga, da kommen noch welche! Wo kommen die denn her? Meine Mitte! Digga, die Mitte! Wir verlieren die Mitte! Er macht zu viel Artillerie! Alter! Der Hund! Der ist böse! Meine schönen Stellungen! Alter! Alles kaputt! Alles kaputt! Oh, ist der böse! Ist der böse! Meine schöne Stellung ist dahin! Ihr müsst mit hier hin! Geht auf das Benzin bitte! Alter! Das ist... Das wird nicht einfach! Wieso greift der da immer noch an? Der kommt da nicht durch! Alter! Boah! Da kommt noch ein Panzer! Pass auf! Dein Panzer an der Mitte! Ich krieg die Mitte nicht gedefft! Der haut da nur Arti drauf! Ah! Ich glaub mein Panzer ist hinüber oder? Ne! Der kommt sogar! Hast du noch was um den kaputt zu machen? Hab ich! Kommt jetzt! Nein! Was macht mein Panzer?! Was macht der?! Wie fährt der denn?! Ich geb ihn auch noch... Ja nice! Scheiße man! Die Mitte wird ein bisschen kaputt gemacht! Wir brauchen denn neue Jungs! Digga! Bei den Schafschützen sind alle tot! Ja! Wie gesagt! Ein bisschen Arti kommt da rein! Ein bisschen viel Arti! Ich muss meine ganzen Jungs hier mal wieder frisch machen! Ja! Alles ist kaputt! Alles! Deine Pack! Alles! Die ist immer noch heile! Alter! Scheiße! Junge! Oh! Bleib stehen Junge! Ich will die Granate auf dich schmeißen! Alter! Rennt ihr an mir vorbei oder was? Oh! Shit man! Renn! 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 Und töten! Kommt meine Elite Infantristen! Wozu hab ich euch?! Lauf! 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 Alter! Der überrennt die Mitte! Wir haben nichts mehr in der Mitte! Wir brauchen in der Mitte Verteidigung! Nee! Bei mir alter! Die Mitte ist gefallen! Wir brauchen was in der Mitte! Jungs! Die Mitte! Länger! Scherlich die Mitte bei mir man! Die Mitte ist da! Es existiert nichts mehr! Ja! Ja! Ich dachte du hast sie so gut verteilt! Ja! Wenn eure Artillerie da drauf knallt! Das ist ein bisschen! Oh Gott! Was ist das denn?! Junge! Da darfst du dich angreifen! Warum greifst du an? Ich hab doch gar Zeit gesagt nicht angreifen! Die haben alles kaputt gemacht! Junge! Ich brauche Königstiger! Ich brauche Königstiger! Ich brauche... Oh mein Gott! Jungs! Jetzt nimmt er meine Flachs ein! Tja! Äh! Ja! Also! Das ist nicht schwer! Wir brauchen irgendwie einen Plan! Mein Plan ist die Mitte einfach zu erstürmen! Und dann weiß ich nicht was ich machen soll! Weil halten kann ich die leider nicht! Jetzt bei dir auch dieses Aufgeben fällt immer noch! Jaja! Das ist da ganze Zeit! Scheint ein Bug zu sein! Aber ich habe größere Probleme! Leider habe ich größere Probleme! Und die Siegesmarke links wird auch schwer zu verteidigen sein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Boah! Alter! Alter! Haut ab! Jungs! Jetzt ist meine eigene Mine ausgelöst worden oder was? Tch! Hier explodiert alles gegen mich! Tja! Frag mich mal! Alter! Ich will ja nicht sagen aber ich habe jetzt auch Artillerie! Jetzt wird zurück geartigt! Wo hast du eine Artie? Die kommt gerade aus meiner Base! Naja! Ey! Diese Snipers! Das sind zu viele Leute! Kommt Jungs! Ein Sniper weniger! Jetzt ist der nächste Sniper dran! Ja was! Vorrücken! Wir müssen immer weiter vorrücken hier! Ja! Ja geil! Fährt ihr jetzt an oder nicht? Ich greif die Mitte an! Also ich bin dabei meine ganzen Ressourcen in die Mitte zu schicken! So jetzt hat man die Flak kaputt! Jetzt wird hier vorgerückt bei mir! So gut es geht! Also ich versuche wirklich die Mitte! Die Mitte ist mein Ziel! Ja ich helfe dir! Ja wir haben ja auch nichts anderes mehr! Links ist ja auch schon alles hin! Irgendwas läuft hier falsch! So! Also ich habe allerdings nur Infanterie ne? Ja das ist schön! Hast du irgendwas gegen Panzer? Da ist so ein dicker fetter Panzer bei mir! Jetzt kommt schon wieder Arty auf mich! Oh Junge! Diese Arty geht mir so auf den Sack! Mein nächster Trupp ist tot! So! Los! Bitte! Wo? Ja Mitte halt! Mitte wo Junge! Einfach in die Mitte! Ich hole jetzt einfach Arty! Einfach vorrücken! Ja! Das ist aber auch noch ne Flakstellung von mir! Das ist ein Problem! Ach was! Meine Flak kann ich schießen! Ich hole noch ne Flak! Ich werde jetzt einfach auf Flak spielen! Was anders bleibt mir leider ja nicht über! Digga! Ich komme einfach von hinten! Ja super! Klappt dir alles bloß nicht so super! Was machen die? Jungs go 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 go! Oh Gott! Ja du kannst aber ein bisschen fighten! Jogi! Jetzt greif an! Da hat da zu viel! Wie zu viel! Angriff! Ich... Pass auf! Die Artillerie kommt! Bewegt deine Männer! Bewegt sie! Ja ich bin dabei! Bewegt sie nicht zu mir! Ich bin Artillerie einschlagen! Aber nicht bei uns glaube ich! Da ist die Artillerie! Da ist die Artillerie! Da sind sie! Vier Stück! Angriff! Angriff! Er zieht sie zurück! Nein! Stoppt sie! Wo sind... Da sind sie! Angriff! Mit allem was wir haben! Da sind sie! Die feundliche Artillerie! Eine kaputt! Weiter! Äh... Ich setz noch mal ein bisschen Artillerie! Ich mach jetzt ein Mg kaputt! Halt einfach durch! Ne? Bereits zum Einsatz! Junge Junge! Wir müssen jetzt irgendwie was reißen! Ja! Ich weiß bloß leider nicht was! Ich... Mir fehlt einer Benzin jetzt! Oh mein Gott! Böser Panzer! Junge! Wo ist dein Infanter in der Mitte? Wie so bitte! Wieso? 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 Ich hab' einen Full Life! Das ist auch ein Eindruck! Aus der Einer! Aus der Einer! Wow! Mit Batschi! Alter! Und ich muss sie auch frisch! Ja! Super! Wir müssen jetzt angreifen! Digga, greift mich an! Ja! Ja! Das ist ja schön, dass ihr jetzt angreift! Was soll ich machen? Äh... Ich kann nicht so wirklich mehr was bauen! Meine Artie ist auch nicht ready! Aber der gelbe Carrient das! Der nimmt jetzt den Siegesmarke ein! Junge, 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 Junge! Der hat einfach zu die Artie gedreht! Ja! Eine hab' ich kaputt! Das Problem war echt die Artie! Die hat mich in der Mitte einfach so... innerhalb von einer Minute war meine Gesamte kaputt! Was das denn? Ja, Quatsch, Quatsch! Äh, den hast du mit dem Infanter kaputt! Der kann nichts machen! Gegen deine Infanteristen! Alter! Ich weiß nicht was ich... Ich weiß nicht was ich bauen soll! Hier ist sie! Fall gesichtet! Artie gesichtet! Artie gesichtet! Ja, sie zieht sich wieder zurück! Nein, Mann! Ich muss sie... Ich muss meine Artie jetzt bereithalten! Wir müssen Sneaky Beaky da lang! Sneaky Beaky, da ist ein scheiß Sherman noch im Weg! Da kommst du nicht Sneaky Beaky! Ja, ich kann mich um den Mr. Sherman kümmern, das ist nicht das Problem! Ich hole mir jetzt noch Fallschirme in die Jäger an! Ich hoffe, die können noch... Fein gesichtet! Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Artie fliegt rein! Artie fliegt rein! Die sind gleich alle tot! Ja, los! Wach! Ja, schieß doch schon! Die, guck dir das jetzt an! Ja, ja! Ja, was? Ein bisschen hab ich noch was kaputt gemacht! Ja, nee! Ich guck mal! Zwölf Kills hat meine eine Artie! Beschwer dich also nicht! So, wir müssen... Ich will jetzt auf Raten... Der Digga, bei dir da rennt immer noch sowas bisschen herum! So, ein Panzer ist gleich hinüber! Ich schwöre, ich muss jetzt auf Artie jagt, Alter! Artie jagt? Wir brauchen sie geschlagen! Ich geh auf Artie jagt! Das Schlimme ist, was machst du hier? Dann piss dich wieder rüber! Nein, das ist nicht! Das ist... Schieb mal keine Paras! Da oben! Panzer! Toten! Toten! Wo ist meine Fallschirmejäger? Meine Elite-Jungs, die dürfen jetzt die Mitte! Jetzt müssen wir sie fertig machen! Jetzt oder nie! Komm! Einer, der ist fast kaputt! Junge, die... Oh, oh, Arz! Oh, oh, Arz! Lauf! Oh, oh, oh! Weg! Lauf runter, Jungs! Sprit! Sprit! Ich mach Spritfähigkeit an! Geht ihnen in den Toten! Zeigt ihnen, dass die Augen keine Gnade zeigen! Ach, daneben! Aber, aber, aber... Wo ist seine Artie? Hier! Da ist sie! Wo? Wo? In der Base! Ich komm einfach! Du schießt jetzt, kannst du es nicht bewegen, los! Ja, aber das ist ein Bunker! Ein Bunker muss weg! Erst muss der Bunker weg! Ich komm nicht durch! Scheiße! Ich komm nicht durch! Digga, hier ist noch mehr Arz da, wie bei mir! Ah, egal! Ich versuche jetzt mit... Mit meiner Artie da reinzuhauen! Oh! Der Kapanzerrückzug, meine Artie! Hab ich da was erwischt? Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, ich muss mit meinen Typen abbauen! Oh Gott! Komm ich schon schieß! Drück zu! Was soll ich noch bauen? Wir haben nicht mehr wirklich viele Punkte! Ey, der Gegner rückt rechts durch in seine Base! Ich glaub du brauchst einen Artie da drüben, ne? Oh! Kein Problem! Artie ist unterwegs! Ich hole noch eine Artie! Kein Problem, Junge! Die Artie übernehme ich seine Infektion! So, Artie ist unterwegs! Zur Unterstützung! Ich komme, Tim! Ja! Ich eile zur Hilfe! Digga! Halt ihn mal bei der Stange! Er muss irgendwo stehen bleiben! Ja, jetzt wird er stehen! Ja! So! Digga, der ist direkt auf meine Base! Das ist nicht meins! Was? Was macht meine... Alter, meine Artie fällt auch ein bisschen aggressiv da nach vorne! Egal, wir haben verloren! Nein, Mann, wir kämpfen bis zum bitteren Ende! Wir haben einfach... Ich schieß jetzt einfach nur auf seine Bunker da hinten! Seine Kräben! Und da wird es noch ziel! Ja, genau! Das ist einfach mal das Sack! So! Letzter Angriff! Let's go, Jungs! Da ist eine Artie! Gesichtet! Eine Artie fuhr da lang! So, ich mach erstmal den Nebel hier! Junge, Junge, Junge! Ich mach gleich! Alles bewegt sich bei mir vor! Wo schießt seine Artie? Weiß nicht bei mir aus! Von da! Ich seh sie! Ich seh sie! Meine Artie ist gleich einsatzfähig! Es dauert noch ein bisschen! Jetzt schieß doch! Artie! Digga, schieß doch! Mach ich! Feuer! Feuer! Sie schießt nicht! Sie schießt nicht! Schießt! Sie ist kaputt! Wieso ist sie kaputt? Da ist ein Panzer! Du hast ein Panzer übersehen! Ah! Digga, das wird nix! Das fällt dir ja früh ein! Und wir haben... Oh, jetzt wo ich nochmal schießen würde mit meiner Art! Oh! Shit, Junge! Wir wurden besiegt! Wir haben eine Toil! Ein paar Sachen! Aktion! Bestlisten Rang 2! Ja! Naja, die haben uns gut fertig! Ja! Haben sie auch! Haben die gut gemacht! Ich hab sogar, glaube ich, ne Kiste bekommen jetzt, oder? Hab ich Kiste? Komm, Kiste! Kiste! Egal! Oh, Münzen! Naja, bis zum nächsten Mal! Haut rein! Bis dahin! Ciao! Und... ... ...